Hier unten rechts das runde Ding, die Geschwindigkeit erhöhen. Ja, Dr. Füllmich von der Partei Die Basis hatte ein tolles Video bei Epoch Times. Auf jeden Fall ungefähr 80.000 Klicks. Und dann wurde es gelöscht, obwohl es bestimmt noch 100.000 weitere Zuschauer gezogen hätte. So etwas schadet ja dem Wahlkampf sehr, sehr weitgehend und sehr schlimm. Und ich werde gleich erklären, warum YouTube gar nicht anders kann, als die Sachen löschen zu müssen. Und dass auch das Ausweichen auf Telegram oder andere Plattformen, BitChute oder was auch immer, am Ende nichts bringen wird. Denn der Staat wird darauf bestehen, dass dort genauso gelöscht wird wie bei YouTube auch. Also die sind schon dran, dass Telegram auch gelöscht wird. Ja, also die Sachen gelöscht werden. Und ich werde gleich erklären, warum das auch so sein muss und warum das kein Zeichen von Diktatur und Zensur ist, sondern weil eben die viele Leute eben noch viele kleine Fehler gemacht haben, wie wir das am Anfang auch gemacht haben. Nämlich, dass wir nicht darauf aufgepasst haben, wo die Grenze zu den gesetzeswidrigen Äußerungen beginnt. Aber dazu gleich mehr. Und ein bisschen hilft uns dazu auch schon gleich. Also auch so, ich erst mal unsere Sendung. Hier ist ja, hat ja heute die Tagesthemen. Unsere neue Regierung. Ja, darum wird es nachher auch gehen. Und aber erst einmal stelle ich vor, was es da Neues gibt. Also auf unserer Homepage nextscientistsforfuture.de, abgekürzt nexts4f.de, finden Sie jetzt erst mal nur eine neue Formulierung. Zeitung. Aha, das ist veraltet. Das wurde jetzt geändert. Jetzt klicke ich es mal an. Jetzt heißt es Live-Ticker. Mehrmals täglich aktualisiert. Wir haben also jetzt gerade eben für jetzt den Zeitpunkt, bis zu dem wir anfangen zu regieren, wenn alles klappt, wenn alle so vernünftig sind, das Richtige zu tun und nicht das Falsche zu tun. Ja, denn wie gesagt, ich muss es noch einmal sagen, unsere Professoren haben sich einer simulierten Bundestagswahl gestellt. Und weil die Wähler ihnen nicht nur begeistert waren von den Reformen, sondern ihnen auch zutrauten, das auch realisieren, also in die Praxis umsetzen zu können und an den Reformen so lange zu feilen, bis die auch wirklich laufen und funktionieren. Deswegen bekamen die Professoren bis zu 56 Prozent für ihre Arbeit. Das heißt, die Parteien müssen das nur auch fähig sein, anzunehmen. Sie müssen fähig sein, sozusagen das anzunehmen, was nach 52 Jahren Arbeit der Schwarm der 23 Professoren fertig hat, sozusagen. Sie müssen bereit sein, die Schwarmintelligenz von Top-Professoren zu diskutieren und dann darüber abzustimmen, zu konsensieren oder wie auch immer man das dann nennt und sozusagen uns so diese 56 Prozent auf eine Partei zu übertragen durch das ständige gemeinsame Auftreten mit den externen Reformen, also immer in der Kombination Partei, Prominente rund um die Partei, und externe Reformen müssen in jeder Sendung gemeinsam auftreten, sodass dann diese 56 Prozent sich am Ende auf die Partei übertragen und aufgrund der Prominenz es zu mindestens 20 Millionen Klicks im Internetfernsehen kommt. Ja, also wenn man jetzt hier drauf tickt auf das neue Live-Ticker, ja, denn am Tag lohnt es sich nicht, im Internetfernsehen mehr als ein bis maximal zwei, meistens dann als Eilsendungssendungen, Fernsehsendungen zu produzieren, aber den Live-Ticker kann man durchaus öfter täglich aktualisieren, deswegen finden Sie immer ganz neue Sachen, meistens, wenn es nicht eine Eilmeldung wert ist, meistens dann direkt hier, also ganz wichtig, ich klicke also jetzt im Geiste hier drauf, dann landet man nämlich hier, na, hier landet man. Live-Ticker mehrmals täglich aktualisiert. Dazu der beste TV-Sender mit einem bunten Programm rund um alles, was für den Wahlerfolg, also auch für den Weg bis zur Regierung wichtig ist zu wissen, ja, also sozusagen Wissen über Reformen, über Parteiprogramminhalte, aber auch Wissen über zum Beispiel Arte-Sendungen, über warum, wie die Pharmaindustrie als im Sinne einer Expertokratie mit ihren vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümern und anderen vorteilbringenden Irrtümern die Gesellschaft und die Welt beherrscht, weil wir in einer Expertokratie leben, wo die Politiker von dem Irrtum beseelt sind, dass Experten, ja, also von einem absurden Irrtum eigentlich, ja, denn wenn wir jetzt, wenn jetzt, nehmen wir mal an, Julia Klöckner, die Ernährungsministerin oder Landwirtschafts- und Ernährungsministerin, die würde sich jetzt offiziell beraten lassen von den Experten für gesunde Ernährung, nämlich der Firma McDonalds und ihren Vertretern. Da würde doch jeder irgendwo denken, naja, ob die auch nur im Geringsten was wissen über gesunde Ernährung oder ob die nicht voll sind von vorteilbringenden Irrtümern wie Hamburger sind kerngesund, Pommes Fritz täglich sind kerngesund, Cola täglich ist kerngesund oder so, ja, also das würde doch jeder ahnen, aber man versteht nicht, dass unser Gesundheitswesen auch nur ein McDonalds von vielen ist, ja, und wir sind dazu übergegangen sozusagen, unser Gesundheitswesen, das in Wirklichkeit ein McDonalds ist, für einen realistischen Experten zu halten. In Wirklichkeit ist es ein McDonalds, der voll ist von vorteilbringenden Irrtümern und der uns alles das erzählt, was am Ende zu mehr Profit für die Gesundheitssparten führt, ja. Und deswegen ist zum Beispiel diese Arte-Sendung wichtig über die Macht der Pharmakonzerne, die Allmacht der Pharmakonzerne zum Beispiel, und so finden Sie auch, da finden Sie auch einen Talk mit unserem Professor Mertens, ich gucke gleich mal rein. Jetzt klicke ich also im Geiste hier drauf, ich habe es natürlich schon selbst aufgeschlagen, diese Playlist, also Sie müssen sich immer so denken, dieser Sender sammelt alles, was gut ist im Internetfernsehen, ja, und generell auch, weil im Internetfernsehen sind ja auch die besten Sendungen des normalen Fernsehens, großen Teils vorhanden, und die werden dann auch gesammelt, und jetzt ist jetzt hier die Playlist 4, in den Playlist 1, 2 und 3 finden Sie die jeweils älteren Sendungen, also erste Playlist die ältesten Sendungen, zweite Playlist, dritte Playlist, und jetzt vierte Playlist hier die neuesten Sendungen. Ich zeige Ihnen das mal, ich glaube, Sie sehen genügend davon. Hier sehen Sie, hier sehen Sie vierte News und Talks, ich hoffe, Sie können es lesen, hier oben steht es. Das ist dann die neueste Playlist, wenn die dann voll ist, gibt es dann wahrscheinlich die fünfte News und Talks, und dann müssen wir den Link ändern sozusagen. Und Sie sehen es hier, ein buntes Programm, und Sie sehen immer wieder gelöschtes Video, und da kommen wir ja jetzt gleich dazu. Diese Videos sind alle aus gutem Grunde gelöscht worden, weil dort gesetzeswidrige Äußerungen getätigt wurden. Aber trotzdem fand der Sender ja diese Sendung wichtig, weil sie neben der gesetzeswidrigen Äußerung ja offensichtlich wichtige Inhalte hatten, zum Beispiel über Weißrussland oder Schweden und so weiter. Und dann sieht man hier, oder hier der Sonderweg in Schweden, Corona, ja, also einiges wird nicht gelöscht, wenn eben keine gesetzeswidrigen Äußerungen drin sind, werden ähnliche Inhalte nicht gelöscht, sind aber gesetzeswidrige Äußerungen drin, werden die Sachen von YouTube korrekterweise dann gelöscht, wenn irgendwelche Feinde der Sache sozusagen das bei YouTube auch melden. Während wenn zum Beispiel Re-Uploads gemacht werden, die dann oft nur sehr geringe Klicks bringen, dann werden die oft nicht gelöscht, weil einfach kein Kritiker da ist, der das bei YouTube meldet. Vielleicht auch wegen der zu geringen Klickzahlen ist das dann auch uninteressant, sich überhaupt mit diesen Re-Uploads zu beschäftigen. Zum Beispiel hier Schweden fährt Uber, dass man mal sieht, dass die sich völlig normal verhalten und dass es da überhaupt gar nichts gibt, dass die Bürger nichts an Vorsicht praktizieren und trotzdem nur im Bereich sozusagen normaler Krippe-Wintersterblichkeiten liegen. Das sind so Hinweise, die uns Naturwissenschaftlern eben sagen, ja, da stimmt was nicht in unserer Darstellung. Sie sehen immer wieder gelöschte Videos. Hier sehen Sie zum Beispiel jetzt unsere, das muss wahrscheinlich eine Verhandlung sein, hier mit einem der Orga-Teams der Partei wir2020.de. Die gibt es ja in zwei Varianten, EU und DE. Hier haben wir das Corona-Quartett, Servus-TV, der beste Sender des Normalfernsehens sozusagen. Und Sie sehen es hier, armes Schweden, ja, zum Beispiel hier so und hier wieder Programm-Talk. Da können sich ja alle Parteien schon mal einarbeiten in die Programm-Diskussion und in das 56-Prozent-Wahl-Programm. Ja, ein Problem wäre natürlich, wenn man glaubt, dass die Schwarmintelligenz alles lösen könnte. Also nochmal ein praktisches Beispiel. Die Schwarmintelligenz macht aus einer Partei auch keinen spitzen Schreiner. Ja, also wenn eine Partei zu sehr an die Schwarmintelligenz glaubt, im Sinne eines Gottes oder so, Schluckwasser, dann könnte das in die Irre führen. Denn machen Sie sich klar, die Partei wird durch die Schwarmintelligenz auch nicht zu einem spitzen Schreiner. Staatsmanagement muss 40 Jahre mindestens gelernt sein. Das ist ein Handwerk, wenn ich mir vorstelle, der ich mich mein ganzes Leben letztendlich mit Staatsmanagement beschäftigt habe. Also eines meiner ersten Bücher als Kind war Sigmund Freud, das Unbehagen in der Kultur. Und da war mir ja klar, dass ich das Unbehagen in der menschlichen Kultur, also in unseren Staaten, beenden muss. Und dass ich daran forschen muss. Und die anderen Professoren, die haben jeder, hat seine eigene Lebensgeschichte, wann und wo er begonnen hat, sozusagen sich Gedanken über Staatsmanagement zu machen. Aber wenn ich mir vorstelle, was ich vor 40 Jahren alles nicht gewusst und gekonnt habe im Bereich Staatsmanagement, dann erschrecke ich total und mir wird total unheimlich, was ich da für Fehler noch gemacht hätte. Also und wie ich die vorteilbringenden Irrtümer zum Beispiel der Sozialsparten und die nicht hätte unterscheiden können zwischen Pseudo-sozialer Politik und Echt-Sozialer Politik und so weiter. Und der normale Bürger ist dann auch in der Gefahr, dass er sozusagen Pseudo-soziale Konzepte anbietet und gar nicht merkt, dass die Bürger irgendwie ein Gespür dafür haben. Das Volk spürt so manches richtig, ohne es genau begründen zu können, dass manche Pseudo-soziale Konzepte einfach nicht gehen und negative Auswirkungen auf die Gesamtgesellschaft haben. Und insofern ist es so, also bitte, liebe Personen, die an die Schwarmintelligenz, die für allmächtig halten, die ist nicht allmächtig. Eine Schwarmintelligenz kann niemals aus einer Partei einen Spitzenschreiner machen und genauso wenig einen Staatsmanager, einen kompetenten Staatsmanager aus der Partei machen. Denn das muss wie ein Handwerk 40 Jahre, ist quasi ein Wissenschaftshandwerk 40 Jahre gelernt sein, mindestens. Wir haben insgesamt 52 Jahre gebraucht dafür und das ist nicht machbar. Also die Schwarmintelligenz der Partei kann so lange, wie sie will, konsensieren. Sie wird nicht zum Spitzenschreiner. Sie muss das Handwerk des Schreiners erlernen. Und das Handwerk des Staatsmanagements erlernt man nicht in einer Partei. Das erlernt man ausschließlich rund um die Wissenschaft. Und wer von dem Schwarm war, bitteschön, 50 Jahre in der Wissenschaft. Also das kann nicht funktionieren. Also deswegen bitte profitiert, hört die externen Experten an, nutzt deren 52-jährige Staatsmanagement-Kompetenz, in 52 Jahren erworbene Staatsmanagement-Kompetenz und dann konsensiert darüber. Profitiert von dem Handwerk der externen Reformer und deren Kompetenz, diese Reformen auch bestmöglich umzusetzen. Ja, denn wenn es dann an die Umsetzung geht, ist vielleicht alles ganz anders, weil zum Beispiel beim Arbeitsamt jemand sagt, nee, die und die Mitarbeiter sind Beamte, da können wir diese neuen positiven Anreize so gar nicht setzen, weil wir können deren Gehalt gar nicht auf ein kleines Mindestgehalt runtersetzen. Oder die haben und den und den Vertrag noch so und so lange oder so. Und alles so Dinge, wo bestimmte Änderungen gar nicht gehen. Dann muss man sofort flexibel neue Konzepte entwickeln. Und das können sie nicht, eben ohne 52 Jahre Wissenschaft können sie das nicht. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass immer drei Dinge in jeder Sendung auftauchen. Eine Partei, Parteivertreter, Kanzlerkandidat, was auch immer. Mindestens eine hochprominente Persönlichkeit und mindestens ein, zwei der externen Experten. Und alles andere geht nicht, weil alles, was davon abweicht, landet am Ende wieder bei einer nicht reformfähigen Partei, wie wir sie bei den Altparteien ja zu Genüge sehen. Und schauen Sie sich die AfD an, ja? Auch die hat ja überhaupt kein brauchbares Programm oder Konzept, mit dem man überhaupt einen Staat sinnvoll reformieren und regieren könnte. Also deswegen, es ist eher der Normalfall, dass jede neue Partei schlecht wird. Nur durch die Kombination Parteivertreter, prominente Persönlichkeiten, die die Partei unterstützen und externe Reformer, die der Partei die Kompetenz bringen. Nur das zusammen kann die neue kompetente Reformpartei, die den Kanzler stellt, sozusagen bringen. Ja, also. Ach ja, ich zeige das noch kurz zu Ende hier. Sie sehen es hier. Hier, was ist das hier? Wissen und Doku, Präsident der Ärztekammer. Das wurde ja dann, der hat ja dann zurückgerudert und so, gelöschtes Video. Ja, und so geht das immer weiter. Kellerkinder, Eva Rosen sieht man hier. Das wurde wohl nicht gelöscht. Da hat sie auch keine gesetzeswidrigen Äußerungen getätigt. Gut so, ja. Also jeder, der, wenn man keine Sorgfalt bei der Wortwahl wählt und aus Versehen gesetzeswidrige Äußerungen macht, dann wird man halt sofort gelöscht. Und damit leitet die Partei dann jeweils einen riesigen Rückschlag, weil sie einfach, ihr fehlen am Ende diese Klicks und diese Bekanntheitswerte, die doch hätten kommen können. Bei der Sendung, ja, bei der Sendung mit Dr. Füllmich hätten ja noch ein großer Bekanntheitseffekt noch die Folge sein können. Und das ist jetzt weg. Das ist einfach gelöscht, weil einige Bemerkungen drin waren. So, dann sieht man hier immer, ja, das muss man vielleicht erklären. Hier zum Beispiel ist eine Sendung von uns, die von einem anderen Sender hochgeladen wird. Das macht dieser Sender News und Talks dann auch in seine Playlists, ja. Und die Sendungen, die wir selbst produzieren, da die unserem Verteiler angeschlossen sind, unserem Video, also Sendungsverteiler, laden die dann immer direkt hoch und selber hoch, weil es sich bei uns gar nicht lohnt, auf unseren eigenen Sendern selber hochzuladen, weil wir viel zu wenige Klicks, also Reichweite haben. Und dieser Sender hat wenigstens eine etwas größere Reichweite, hier wegen seinem bunten Programm, das ja manche durchaus regelmäßig schätzen, ja. Und dann haben wir hier wieder zum Beispiel hier von einem anderen Sender, Uwe Losek, die Welt klar sehen, auch ein Corona-Nachdenklicher, seine Version der Sendung der Parteiberatung, der Partei wir2020.de in diesem Fall, ja. So, dann haben wir hier und hier wieder Parteiberatung, dann haben wir hier Katastrophe, die Leistungsträger flüchten aus Deutschland. Darüber sollte man unbedingt nachdenken, denn wenn man ein Parteiprogramm macht, sozusagen, dass die Leistungsträger aus dem Lande treibt, resultiert daraus Massenarbeitslosigkeit und Verarmung und Verelendung und eben am Ende ist das dann eben doch nur eine pseudosoziale Politik gewesen, weil dann am Ende die Effekte unsozial sind und zu einem Leiden der sozial schwächeren Arbeitnehmer zum Beispiel führen. Und bedenke das Ende, das ist auch in der Wissenschaft, was man lernt. Bedenke immer das Ende, was passiert nach drei Jahren nach einer Reform, was sind die Spätfolgen nach einer Reform, treibe ich eventuell die Leistungsträger aus dem Lande und ruiniere die Volkswirtschaft des Landes. Zum Beispiel, jetzt denken wir nur an die Gleichmacherei, ja, sozusagen. Ja, wir wollen ja eine hochsoziale Gesellschaft ohne jegliche Arbeitslosigkeit, ohne jegliche Obdachlosigkeit und so weiter. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt als oberstes Prinzip aufrichten, das hatte ja auch der ehemalige 68er Professor Hans-Werner Sinn so schön gesagt, ja, wenn ich doch die Gleichmacherei als einziges Ziel in der Gesellschaft habe, dann muss ich doch gucken, was die Spätfolgen davon sind. Und wenn die Spätfolgen sind, dass alle Leistungsträger aus Deutschland flüchten und am Ende zwar alle gleich sind, aber gleich alle bettelarm sind wie die Kirchenmäuse, dann hat das doch gar keinen Sinn gehabt. Dann war das doch eine unsoziale Politik, was am Anfang eben als sozial erscheint, erweist sich als faktisch pseudosozial. Und das müssen wir doch ständig unterscheiden. Und wie gesagt, dafür brauchen Sie 50 Jahre Wissenschaftserfahrung, ja, bis Sie das verstehen, die Welt verstehen und die Spätfolgen jeder Reform verstehen. Ja, dann geht es hier weiter. Ja, gelöschtes Video schon wieder. Ja, zum Beispiel, das könnte sogar eine Sendung sein. Da haben wir auf unserem Sender, Next Scientists for Future, die Sendung von Kai Stuth hochgeladen mit mir als ehrenamtlichen Assistenten der Next Scientists for Future. Und dort war ein Kritiker und der hat offensichtlich festgestellt, dass Kai Stuth eine oder vielleicht zwei nicht ganz legale Äußerungen getätigt hat in der Sendung und hat deswegen sofort die Löschung beantragt. Und YouTube musste natürlich diesem Antrag sofort stattgeben. Deswegen ist also das gelöscht worden. Aber zum Beispiel jetzt das, was der Sender News und Talks hochgeladen ist, wurde offensichtlich von keinem dieser Gegner gesichtet. Dadurch wurde diese Bemerkung übersehen und bisher wurde die Löschung nicht beantragt. Also aber eben, man muss sich klar sein, wenn eine Person in einer Sendung irgendeine gesetzeswidrige Äußerung macht, und ich mache es nochmal klar, warum ist es berechtigt, diese zu löschen? Machen wir uns einmal klar, zum Beispiel jetzt würde einer in einer Sendung sagen, ich rufe zur Gewalt auf, ich rufe zur Tötung der Verbrecher unserer Regierung auf. Stellen wir uns diesen schlimmsten Fall vor, ja? Das ist doch selbstverständlich, dass das eine Straftat ist, solch ein Gewaltauftruf. Und dass der verfassungswidrig ist und sofort bestraft werden muss und zumindest sofort gelöscht werden muss. Also deswegen, der Grundsatz lautet, und da gehe ich jetzt dann nochmal hier hin, ja, jetzt gehe ich nochmal hier hin, hier, hier wird genau erläutert, noch einmal, die meisten Leute, wir hätten meinen, missverstehen das, sie meinen, dass wir Meinungsfreiheit hätten und sie meinen damit, dass wir Narrenfreiheit hätten. Haben wir nicht. Mit Meinungsfreiheit ist in Wahrheit ausschließlich hier Argumentefreiheit gemeint. Ja, es gibt nur einen Weg. Wir müssen uns klar sein, dass eigentlich fast alles, was wir mit der Zunge anstellen können oder mit Worten generell anstellen können, egal ob schriftlich oder mündlich, ist verboten in Deutschland und in der ganzen Welt. Und das ist auch gut so. Denken wir an Gewaltaufrufe, Unterstellungen, Beleidigungen, Verdächtigungen anderer als Kriminelle und so weiter. Also ausschließlich, wir haben eigentlich nur eine Argumentefreiheit und zwar eigentlich nur eine Freiheit für sachliche, wissenschaftliche, logische Argumente. Zum Beispiel, welche Mechanismen in der Gesellschaft warum falsch laufen und wie deshalb die Reformen auszusehen haben. Alles andere ist aus gutem Grunde verboten. Also bitte darauf konzentrieren die Wähler mit sachlichen Argumenten für Top-Reformen zu begeistern und so ihr Kreuzchen zu gewinnen. Ja, denn darum geht es. Ohne, dass wir die Kreuzchen bekommen, ja, wo ist es? Ohne, dass wir die Kreuzchen bekommen, ist nichts los. Ja, also. Aber Sie sehen es hier, gell? Sie haben es jetzt gerade gesehen. Dieser Live-Ticker bringt auch wieder ein buntes Programm aus den wichtigsten Informationen zu allem. Sollten Sie immer lesen und das Neueste finden Sie hier im Gegensatz. Bei der Playlist finden Sie das Neueste immer am Ende, unten an der Playlist. Und hier finden Sie die neueren Sachen eher tendenziell weiter oben. Und müssen also immer so den, wenn Sie immer nur das Neueste wissen wollen, müssen Sie immer nur den obersten Bereich durchscrollen. Wenn Sie das erste Mal da sind, sollten Sie alles von vorne bis hinten lesen. Oder Sie können sogar vielleicht den Weg wählen, dass Sie ganz von rückwärts aus lesen. Da sehen Sie also zum Beispiel Kommentare von Wissenschaftlern, hier einer Psychoanalytikerin, über einzelne Mitglieder der Next Scientist for Future. Da können Sie sich also, das sind quasi ja auch Wähler, das sind aber wissenschaftliche Wähler, die wissenschaftliche Kommentare zu den Next Scientist for Future und Weltratprofessoren, Doktoren und so weiter machen. Ja, und das heißt, wenn Sie rückwärts lesen und dann kommen Sie auch zu der Studie in der simulierten Bundestagswahl irgendwann, ja, und so haben Sie dann ein Bundespotpourri und können sich ein Bild machen, dass Sie zu dem Verständnis kommen, ja hoppla, das, was diese wissenschaftlichen Wähler und die nicht wissenschaftlichen Wähler alles über die Next Scientist for Future und Weltratleute sagen, das wird kein Mensch über mich jemals selber sagen. Das kann, so eine Überzeugungsleistung werde ich nie bringen, ja, und da sollte man also eine gesunde Bescheidenheit erwerben, dass man so nie von den Wählern eingestuft werden wird und deswegen dann zu der Erkenntnis kommen, dass man die externen Reformer braucht an der Seite einer neuen Partei, um nicht genauso schlecht zu werden wie die Altparteien. Das ist die Aufgabe der externen Reformer, zu verhindern, dass es am Ende nur wieder eine neue Altpartei ist, wie die anderen auch. Und das können nur externe Experten sozusagen erreichen und das ist der einzige Weg. Und hier steht es irgendwo, ich weiß nicht, ob ich hier so gleich finde auf Anhieb, wir schlagen ja vor, dass die Parteien sechs externe, hier ist es, sechs externe Experten verwenden, denn wir wollen nicht, dass man uns so als die Monopolisten ansieht, auch wenn niemand außer uns, glaube ich, eine Chance hätte, 56 Prozent in einer simulierten Bundestagswahl zu erreichen. Aber hier, wir empfehlen, also natürlich uns selbst, hier mit den entsprechenden Videos, unser Auftritt vor dem Corona-Ausschuss bei Kai Stuth, die Zusammenfassung des Corona-Ausschusses, unser Auftritt bei Roger Bittel, dem Freund von Dr. Bodo Schiffmann, unser Auftritt bei Lehrer Mafi, der jetzt auch eine neue Sendung angeboten hat, aber von den Parteien ist noch niemand bereit, da mitzutalken. Die beschäftigen sich zu viel mit den falschen Dingen. Da könnte man, Lehrer Mafi hat seine größte Klickzahl, liegt bei ungefähr 300.000. Das wären schon mal von den 20 Millionen schon mal ein erster Anfang, wenn Lehrer Mafi eine Sendung über eine der Parteien machen würde, zusammen mit den externen Reformern und vielleicht idealerweise zusammen mit einem prominenten Freund der jeweiligen Partei. Und hier die Zweite, hier das sind die Zweiten, weil wir auch immer sagen, es ist sinnvoll, immer auch den alterer Pass zu hören, also die andere Seite zu hören, den anderen Teil. Und das sind dann, können Sie hier nachlesen, was wir alles vorschlagen. Und hier dann kommt noch, hier noch zu benennen durch die Parteien, denn die Parteien können ja in ihrem Schwarm auch rumfragen, welche Experten haltet ihr für unentbehrlich, außer bedingungsloses Grundeinkommen, außer Gemeinwohlökonomie, außer Ökonomie for mankind und Lösungen, jung jetzt und außer next scientists for future. Welche? Aber macht bitte daraus nicht 50 Experten, sonst verliert ihr den Überblick. Also konzentrieren auf die wichtigsten, besten Experten. Zum Beispiel hier, Economy for mankind hat auch ein bedingungsloses Grundeinkommenskonzept, kann also auch das vertreten. Und wir können dann sagen, was für negative Spätfolgen eine solche pseudo-soziale Konzeption hätte und warum auch die Wahrscheinlichkeit, dass dann die Partei nicht gewählt ist, sehr groß ist, weil die Bürger im Gefühl haben, dass irgendwas mit dem Konzept, das bedingungslose Grundeinkommens nicht stimmt oder nicht gut ist für die Gesellschaft. Und da liegen die Bürger richtig, die Wähler richtig. Und da sollte man das nicht ins Parteiprogramm schreiben, wenn man sich nicht absolut sicher ist. Und wenn man es tut, muss man sich klar sein, dass man 10 Prozent der Wählerstimmen verliert. Und dass man diesen Preis dann halt zahlen muss. Ja, also Sie sehen es von rückwärts, also hier von rückwärts zu oben, oben eher die neuesten Sachen. Das liegt an der Technik. Und bei der anderen Technik ist es aus technischen Gründen sowohl für den Sender News und Talks ist es wohl besser hier, sozusagen es so zu schalten, dass die neuesten Sendungen immer automatisch ans Ende der Playlist kommen. Und wie gesagt, man kann sich ja hier mit diesem Balken behelfen. Man kann ja ganz schnell hin und her wandern mit dem Balken und hier langsam wandern mit dem Scrollen und so weiter oder wie das heißt, Scrollen oder Scrollen. Und hier, wie gesagt, mal einer von 10 Sendungen, die es mit den Professoren des Weltrates gibt, ja, unsere, und wir sind ja nur der Arbeitskreis Next Scientist des Weltrates, ja. So, und so haben Sie dann alles und hier sehen Sie es ja, der Auftritt vor dem Corona-Ausschuss hatte insgesamt 100.000 Aufrufe in drei Neuveröffentlichungen. Hier sind nur 61.000 Aufrufe, die anderen sind auf den anderen Sendern, zum Beispiel auf dem Sender-Corona-Ausschuss und so weiter. Und ich glaube, es war noch Rubicon. Wir selbst haben jetzt nicht angefragt, ob jetzt irgendwie unsere befreundeten Sender auch das Hochladerecht bekommen. Also ich denke, Ovalmedia ist auf das Geld angewiesen. Ich glaube nicht, dass die die Rechte einfach so abgeben. Ja, auch das ist wieder so. Auch beachtet die Rechte der Eigentümer, ihrer Produktionen und so weiter. Alles so von wegen nichts Gesetzeswidriges tun im Internetfernsehen. Dann hat man den größten Wahlerfolg. Ja, so und jetzt gehen wir mal weiter hier. Also hier kommt es darauf an, dass die Wähler das Kreuzchen bei, ich hoffe ja immer noch, dass am Ende die alle fusionieren zu einer einzigen Volkspartei. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass die Parteien, die am Ende jetzt im Wahlkampf, im Kampf um die Promis und am Ende auch im Kampf um die externen Experten sozusagen. Denn am Ende können wir natürlich nur, wenn wir dann von einer Sendung zur anderen sozusagen online oder wie auch immer hetzen sozusagen, können wir natürlich nur zu einer Partei stehen am Ende. Und zwar, da wird das dann die Größte sein, die mit den größten Promis, wo die Zusammenarbeit am besten klappt und wo das Parteiprogramm den größten Teile unserer Reformen übernommen hat, sodass wir die Chance sehen, dass wir den 56 Prozent am nächsten kommen. Und noch einmal der Satz, ohne unsere Reformkompetenzen, ohne die externen Reformer und deren Fähigkeit und Glaubwürdigkeit, dass sie auch diese Reformen überhaupt umsetzen können, so hochkomplizierte Reformen, dass sie nicht genauso schlecht bei der Umsetzung sind wie die Altparteien, dass diesen Glauben können nur die externen Reformer als Partner der Partei sozusagen vermitteln und nur dann werden die Wähler auch ihr Kreuzchen machen. Denn wenn sie sehen, naja gut, die haben ein tolles Programm, aber die externen Reformer sind gar nicht an ihrer Seite, wo habe ich dann die Garantie, dass die Reformen auch gekonnt umgesetzt werden? Da mache ich mein Kreuzchen lieber woanders, wo ich weiß, was ich habe. Und deswegen, also hier Leute, ja, darum geht es jetzt. Und aus meiner Sicht vergesst die Demonstrationen, ja. Das bringt im Moment alles nur schlechte Presse. Das bringt alles nur, sozusagen, es schadet alles dem Regierungswechsel. Und nur über einen Regierungswechsel wird sich was ändern. Die Frage wird sein, ich bin gespannt darauf, ob die juristischen Bemühungen, also die Klageverfahren, ja, also ob die irgendwas bringen. Ich habe aber so meinen Zweifel, weil uns auch die Gerichte sich ja in der Hand dieser Expertokratie befinden und damit sozusagen quasi sich Gutachter rufen, wie ich vorhin sagte. Also wenn es um gesunde Ernährung geht, würden dann jetzt die Gerichte quasi McDonalds rufen als Experten, ne. Und genauso werden die Gerichte als Experten unsere Vertreter unseres Gesundheitswesens rufen, ohne sich klar zu sein, dass das der gleiche ist, wie wenn sie McDonalds in Ernährungsfragen rufen würden. Und ich, so, also ich persönlich zweifle halt, dass wir, also ich habe gewisse Zweifel, dass Demonstrationen und Klagen etwas bringen werden, aber ich weiß, dass eine neue große Volkspartei etwas bringen kann und zwar sogar die Regierung, denn dafür haben die Professoren 52 Jahre Vorbereitungsarbeit geleistet. Ja? Und ohne Fleiß kein Preis und eine Partei, die sich nicht den Fleiß zu Nutzen macht, die wird scheitern. Ganz so sicher wie das Amen in der Kirche. Ja, und generell ist ja so, ja, also jede Expertokratie, wie wir sie jetzt haben, ist ja ein Todesurteil. Und die Next Scientists for Future haben ja 52 Jahre damit zugebracht, genau zu erkennen, warum sie früher als Experten voll von vorteilbringenden Irrtümern waren und wie man diese vorteilbringenden Irrtümer herausschmeißt, damit man dann ein echter Wissenschaftler wird und der Wahrheit verpflichtet wird. Und dieser langsame Weg, 52 Jahre lang sich von pseudowissenschaftlichen Denken zu verabschieden und in die Realität zu kommen, das ist ja das, was es so schwierig macht. Und jetzt kann man sagen, hier haben wir es also erstmals und einzig auf der Welt mit Experten zu tun, die auch Wahrheiten sagen und nicht bloß vorteilbringende Irrtümer wie die anderen Experten dieser Welt. Und darum geht es ja. Und jetzt hier, und die naturwissenschaftliche Beweisführung ist ja eben genau die, dass eben unter Bedingungen von Tauschhandel und Markt zwangsläufig die sich Irrenden sich durchsetzen. Also hier haben wir den ersten Früharzt und Frühhändler und der sagt, lebt nur weiter schön so naturbelassen mit eurem naturbelassenen Liebesleben, dann seid ihr glücklich, habt starke Immunsysteme, seid gesund ernährt, seid an der frischen Luft, sauberes Wasser und so weiter und das, dann werdet ihr gesund, alt werden und so weiter. Und dann kommt aber der erste nach dem Naturgesetz von Variation und Selektion, Mutation und Selektion der erste Früharzt und Frühhändler, der sich irrt und der sagt, nein, ihr könnt ruhig auch die ganze denaturierte Nahrung essen, die ist genauso wertvoll und dann außerdem Krankheit kommt nicht von der Ernährung und auch nicht von diesem natürlichen Lebensstil oder nicht, das spielt keine Rolle. Krankheit kommt von winzigsten Dingen, die also so Killerviren wird man sich später nennen und Killererregern und so weiter. Und nur die sind zu beachten und nur die töten, alles andere ignorieren wir und so weiter. Es gibt keine anderen Krankheits- und Todesursachen und deswegen müsst ihr nur meine Produkte, meine medizinischen Produkte, Impfung, Tests und Antibiotika und was auch immer kaufen und so weiter und das in Massen und nur dann werdet ihr gesund. Und jemand, der diesen Irrtum trägt, der macht einfach das größere Geschäft und der kann dann hier, der wird hier etliche leibliche Kinder hinterlassen, der wird viele geistige Nachfolger finden, hier mit der Zeit, hier am Anfang ein bisschen schleppend und dann mit der Zeit explodiert es und so wird er der Vorfahre von Trostenbieler und Lauterbach und begründet also sozusagen und von Aldi, Lidl und Rewe und Alnatura und so weiter und dadurch muss es, das ist also die naturgesetzliche und naturwissenschaftliche Beweisführung, die wir eigentlich alle seit 1859 kennen könnten, wenn wir intelligent genug gewesen wären, ja, das liegt seit 1859 ungenutzt schon da, ja, nämlich das hat uns Darwin schon gelehrt und wolle es genau so, ja, also dass es zwangsläufig doch sein muss, dass alles diesen Evolutionsprinzipien folgen muss und dass, wenn wir Markt- und Tauschhandel haben, dass es dann zwangsläufig dazu kommt, dass alle normalen Experten voll sind von Vorteilbringenden Irrtümen, deswegen brauchte es die Sonderexperten, nämlich den Weltrat und die Next Scientists for Future, deren Haupttätigkeit darin bestand, aus ihren eigenen Köpfen heraus, die Vorteilbringenden Irrtümer herauszuwerfen. Deswegen, die Ärzte bei uns sind also stehen, also genauso wie Bhakti, Wodak und Schiffmann kritisch gegenüber den Vorteilbringenden Irrtümern ihre eigenen Sparte, ihre eigenen Gesundheitssparten, sozusagen, ja, und aber eine Expertokratie, wo die Mehrheit der Experten voll ist von Vorteilbringenden Irrtümern, ist ein Todesurteil für uns alle und es zieht seit 400.000 Jahren eine Blutspur durch die Menschheit. Ja, damit ist schon praktisch alles gesagt. Und jetzt hier noch, ja, ja, dann jetzt noch hier diese Seite, ja, also das, was ich jetzt gesagt habe, ist also zentral wichtig für den Wahlkampf, ja, denn jetzt geht es darum, dass wir mit unserer Erfahrung, ich war ein Mitglied in allen, als Wissenschaftler Mitglied in allen großen Parteien, um, und habe, kenne Parteien, ich kenne die Probleme der Neuparteien, ich kenne die Probleme der Altparteien, ich kenne alle Probleme innerhalb von Parteien und deswegen ist unsere Aufgabe natürlich auch die Parteien zu beraten, auch in der Taktik und wie gesagt, diese falsche Vorstellung, es gebe im Internet Zensur, die ist völlig falsch, es ist völlig nutzlos, auf Telegram zu gehen oder auf BitChute oder was auch immer zu gehen und zu flüchten, weil die werden bald auch genauso zensieren müssen, das ist nämlich gar keine Zensur, es ist einfach die Umsetzung dessen, dass fast alles, was ein Mensch sagen kann, gesetzlich verboten ist. Faktisch erlaubt ist nur, ich bin der Meinung, dass Herr Drosten sich irrt, weil die und die Fakten mich nachdenklich machen und eher für ein Irrtum bei Herrn Drosten, Wieler und Lauterbach sprechen. Alles, was eine andere Wortwahl ist, ist wahrscheinlich gesetzeswidrig. Also bitte einfach alle Regeln einhalten, bitte einfach den Helikopter ständig machen, wenn schon diese leidigen Demonstrationen immer wieder stattfinden, die der ganzen Sache, glaube ich, eher schaden, dann bitte immer den Helikopter machen und es gibt so, ich habe selbst hier so wunderbar luftige Masken, wo es keiner sieht, aber wo die Luft überall raus kann, wo ich kaum Atemprobleme bekomme, warum besorgt ihr euch nicht gesetzeskonforme luftige Masken und dann habt ihr null Probleme und dann gibt es auch keine so schlechte Presse, wobei es kann schon sein, dass die Presse sich jetzt schon eingeschossen hat, die Medien sich schon eingeschossen haben und wenn irgendwann gegenüber irgendeiner Partei, die zum Beispiel mit den Demonstrationen assoziiert wird, nur noch das Gesetz im Journalismus heißt, also quasi schon eine Grundregel gemacht wurde, nur noch draufhauen, dann gibt es keinen Wahlerfolg, weil dann heißt ja das Gesetz der Medien nur noch draufhauen, also wollen wir hoffen, dass es nicht so weit gekommen ist, denken wir zum Beispiel nur, wenn einer etwas sagt, was Geschäftsschädigung ist, also zum Beispiel sagt einer, ja, der will die Leute nur abzocken zum Beispiel und nehmen wir mal an, das sei jetzt eine Unwahrheit, dann ist es aber eine Geschäftsschädigung, weil dieser Verkäufer zum Beispiel dann weniger verkauft und dass das verboten ist, ist doch selbstverständlich, denn man könnte höchstens hingehen und sagen, ich mache bei der Polizei eine Strafanzeige, dass diese Person, was weiß ich, irgendwas Illegales macht, zum Beispiel, dass die Leute bei ihm bestimmte Produkte bezahlen und er sie dann nicht liefert und dann darf ich eine Strafanzeige machen und dann wird der Staat die Person verurteilen und dann wird diese Person am Geschäftsleben nicht mehr teilnehmen dürfen. Das ist der legale Weg, aber wenn ich hingehe und sage, die Person zockt die Leute nur ab, dann ist das gesetzeswidrig. Also, wenn wir Kanzler wollen, wenn wir Kanzlern wollen, wenn wir die Regierung stellen wollen, dann bitte haltet euch an die Spielregeln dieser Gesellschaft. Das ist ja das Schlimme an der Demokratie, da muss ich vielleicht nochmal hier hingehen. Das ist ja das Schreckliche an der Demokratie, dass es leider so ist. Hier, wo steht das? Hier, wenn die Masse sich irrt, richtet die Masse schrecklichen Schaden an. Das ist aber der Preis der Demokratie. Die Alternative wäre die Diktatur, wo irgendwann nur noch Schaden angerichtet wird. Aber das ist das Problem der Diktatur, der Demokratie. Wenn die Demokratie auf Experten, die voll sind mit Vorteilbringenden Irrtümern ihrer Sparte hereinfällt, dann wird die Masse schädlich. Aber trotzdem müssen wir uns an diese Masse halten. Trotzdem. Denn auch wenn die Masse sich irrt, das ist der Preis, den wir für die Demokratie zahlen. Wir können, wir müssen der Masse folgen und gehorchen auch wenn sie irrt. Das ist das Dilemma der Demokratie. Aber wir haben die Möglichkeit, dass die Leute ihr Kreuzchen an der richtigen Stelle machen, aber die machen ihr Kreuzchen nicht bei irgendjemandem, sondern bei jemandem. Ohne Fleiß kein Preis, wo also der Fleiß zu spüren ist und die Kompetenz und die Sachkompetenz zu spüren ist. Und das kann eine neue Partei ohne die NextScientists for Future.de niemals erreichen. Deswegen gilt also heute unser Tagesthema. Unsere neue Regierung hat all das zur Voraussetzung, dass also die Promis munter mitwirken, also Bagti, Köhnlein, Füllmich, Schiffmann, Fischer, Rosen, das sind ja die, die bis jetzt so mehr oder weniger stark, bei Bodo Schiffmann ist noch am unklarsten, ob der sich überhaupt zu einer Partei bekennen wird als Freund irgendeiner Partei, aber der steht jetzt noch mit drin, aber sozusagen die anderen haben sich ja bekannt. Also das ist bisher die Promi-Mannschaft, die bisher allerdings auf insgesamt ja zwei, drei, vier Parteien zersplittert ist. Idealerweise rücken dann alle Promis bei einer Partei zusammen am Ende, genauso wie die externen Experten am besten auch alle bei einer einzigen Partei zusammenrücken und dann hoffe ich, dass die anderen Parteien so vernünftig sind, sich von dem Wahlzettel wieder runterzunehmen, damit sie nicht als Konkurrenz stehen und damit den Wahlerfolg verhindern. Ich hoffe, dass die so viel Vernunft dann herrschen wird. Ja, das war es doch schon mal wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Ja, tschüssi, bis bald. noch episode lived, bis bald, Bis bald. Do, das сюжetime icipates, wenn Ecuador